und ein recht herzliches willkommen zu einem weiteren video von uns in den kurs mit meiner wenigkeit ich bin der schultz heute zur 14 folge von resident evil 4 remake auf dem pc von der letzten folge wieder mega krank die folge gewesen haben wir dagegen so ein big boss gekämpft zum blinder war krank schaut euch die letzte folge an ist hier irgendwo die verlinkte oben und ja er steht immer noch in der burg und ja die wird mein letzter folge speichern ja munition ja ja ist so maga das ist wunderbar gehen dann mal die andere waffe aus die auch ganz gut ist und ja schauen uns da mal weiter hier oben wo es denn hier lang gehen kann müsste wer stehen ach genau bestimmt wir waren hier und sind nämlich auch schon hier rein gegangen das sah hier nämlich so aus so was ist das hier eigentlich okay so man ja sagt ja aber das ist die munition alter habe ich erschrocken digger alter 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 war mal da du hast du hast ein schild denn 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 rennen rennen und dein scheiß leben renn doch um dein kack leben ach du scheiß ich muss noch dran die hat immer auch ein schütt platze perfekt ja mann du affe digger verpisst dich doch digger leben digger geht das schon richtig gut los hier alter hier digger herstellen kombination kombiniere hallo schräg schon herum hier alter ja komm digger tu nach lan nun die pump alter nun die pump ja komm digger hier ist auch noch einer oh digger da ist ein verwandler ein verwandler tu doch nach laden du und alter da braucht man manchmal echt 300 jahre und schon noch welche digger voll meine fresse digger hör doch mal auf alter du opfer was machst du da rum rennen oder was einer schon noch welche reden wenn man sich quatschen alles in ordnung ja alles bestens mein gott alter position digger ist ein gruselig hier alter ich höre hier derzeit stimme alter ach so ach so ach so rotes kraut rotes kraut rotes kraut ok 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 komm schon noch welche ah meine die feier da wird dich ok ach muss er mach die mach 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 Digga, wo sind die denn? paar Münzen wow Digga, was kommt dazu sind Munitionen? machen aiiiiiii hasta la marduka tatiru hu 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 u hu 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 huu Ra euaa So okay fasso jetzt bisschen gruselig xd also a little bit morgenstern erscheine auf die wiese doch weiter die können ja sachen wo ja stoppt auch stört hallo ok 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 da boom kannst du machen verminzeln verscheinerte startort die sound effekte der hallo ruhe ist das schon eine scheiße hier etwas okay also ich kann es ja nicht nur kaputt machen ob da was bringt also kaputt schießen ob das was bringt ja auch keine ahnung sonst habe ich ja eigentlich schon alles ja passiert nicht okay ach da das rad damit sollte es gehen ok kaputt sind munition sind munition ist immer gut du nachhören so die sechste gang nach an ok benutzen ich höre um was ich höre um was ich höre um was ich höre um was ok wo 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 die richtige waffe auswählen ja kommt die 300 jahre zum abladen oder was weg 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 was machst du denn du hundes und manchmal wirklich manchmal frage ich mich der video verblüht oder bist du blöd da sind alle kamen stört stört da kommt alter wirklich alter ihr seid so eine lache ein lieb heim ist alter manchmal wirklich dort wo da oben so tot klinik sind kein ende achtiger was sie erzählt ja kommen oder mann jetzt damals was 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 ja komm digga ja ja so nach anja ja und so ein lehrlicher das haben wir noch die taste sieben haben wir noch ich brauche unbedingt munition digga was haben wir hier so munition ne digga tja nachher oh hallo wo bist du wo ist denn der da rum stirb doch mein gott leg dich doch hin schlafen du hund alter okay erstmal lupen egal wirklich die zauns machen das ja gerade nicht besser okay okay umschauen umschauen und bluten so haben wir irgendwas kann man ja mal wir können auf alle fälle munition herstellen und zwar fünf munition einmal in der bahn boom so kann man ja einmal kombinieren so und das ähnlich hier benutzen so sieht gut aus so dann erstmal nachladen so sieht irgendwie aus als 100 kraft rumlaufen so nehmen wir das rad benutzen rein halten und drehen 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 noch sind wir nicht sicher noch sind wir nicht sicher wo chillen die alle diese zauendefekte wirklich krank da da munition braucht munition munition ist wichtig bestimmt gleich noch mal so ein richtig fetter boss alter ich spüre das schon ich spüre das schon aber erstmal machen wir die ganzen kei hier kaputt oder wie man das nennt hier aber hier sind wir nochmal mit munition sehr gut ähm um ja balan zu können vernünftig so so von nämlich hier unten es speichert es speichert nie gut nie gut Pistole munition ok jetzt auch noch was zum kaputt machen ach kaputt die chance an kanade kann man immer gut gebrauchen was war das hier rohe scheiße boah diese zu uns ey das erinnert mich so ein bisschen wie ein outlast hey eine versteckte plattform bisschen übertrieben findest du nicht ja 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 hier 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 alles klar eine versteckte plattform ok kriegst du das hin ja ich ich schaff das schon oh oh das war mir so klar mach weiter ich gebe Deckung mach weiter ich gebe Deckung wo ist die andere wo ist die andere da hinten ach komm Digga er wird ja immer geiler ja ja wird schon es wird schon schief gehen oh digga hallo oh Digga er tut ihn nachladen genau hallo alter digga digga bam alter weg mit dir du ach komm Digga ich habe keinen Bock mehr hallo digga wo ist sie noch wer maaaann hallo digga ja ist in Ordnung digga hallo 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 ja er kommt ja die stelle scheiße wirklich von vorne ist es bei uns kommen wenn wir unten kommen die ja da oben hätten sie scheiß ausgedacht hier entwickler mal ein bisschen entspannung im Spiel mit reinbringen ne so mal wieder alles hier looten so mal wieder alles hier looten so aber nur ein bisschen aber nur ein bisschen ein bisschen ein bisschen so mal kurz gucken äh da hinten bin ich kaputt ja gut 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 so kannst du nämlich hoch und dann machen wir die erste Kacke nochmal in hoffen und dass das jetzt funktioniert hier so ich muss pinkeln ja mach weiter ich gebe deco chill mach lang ja mach weiter ich gebe deco doch stopp doch Junge alter bloß nicht nachladen ne ja 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 schrei doch nicht ich helfe dir nachladen du bist doch schwul wirklich nachladen nachladen alter da liegt nicht nach dieser hund ne das ist der blöde hund alter nachladen nachladen tun nach der Zwischuss noch ja jetzt hab ich genug ja jetzt hab ich auch so ey digger als ob du nachladen nachladen alter alter oh da oben ok passen da bam stirb nachladen nachladen junge ich schaff reppern du hast noch munition du bist hier perfekt so komm dazu nachher komm Komm, rüber. Komm jetzt. Gewehrmunition, sehr gut. Gewehrmunition. Gewehrmunition, so. So. Das wäre jetzt mal so ein Waffen. Ach, warte mal, warte mal. Chill, chill, chill. Können wir nämlich noch Munition herstellen. So. Ich bin hier untersuchen, Digga. Ich wollte hier herstellen. So, find Munition. Ach, Digga. Kein Schrott, Digga. MP, Gewehrmunition. Das Gewehr ist eigentlich auch ganz nice. Komm, ich tue mal herstellen. So. So. Jetzt mache ich die Nachnahmen hier. Alles rein, was geht. Warte, den bringen wir noch um, ja. Den bringen wir noch um. Komm. Den bringen wir noch um. Madaglo. Zack. Zack. Aua. Das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant. Schießpäuber. Was gibst du? Schießpäuber, okay. Geht's dir gut? Das muss jetzt sein. Die Zwerden. So. Ja, weißt du, ob wir hier zurücklaufen müssen? Wer weiß. Okay. Gut. Dann. Wann mal gespannt. Geh mal durch die Tür durch. Mal gucken wir es uns jetzt auf. Sind wir jetzt eigentlich gerade. Wir sind hier da oben. Wir müssen mal hin. Okay. Jetzt wollen wir gerade durch die Wasserhalle. Komische Wasserhalle. Fertils. Audien. 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 Zahle. Wie groß das hier ist, ne? Noch schon, äh. Nicht schlecht. Speichert. 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 Geld. So. Und geht auf. Hallo. Geht nicht auf. Okay. 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 Nach der Zeit kommen wir doch dann wieder welche oder irgendwie so, ne? Genau. Dann. Wir rösten uns schon mal aus. Wir rösten uns schon mal aus. Wir rösten uns auch Pistole. Was passiert denn eigentlich, wenn wir uns beißen tut oder irgendwie so? Hey. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hm. Hm. Ja. Hm. Hm. Ja. Okay. Okay. Da vorne sollen wir hin. Nur ums Eck hier. Dann sollen wir da sein. Bin ich ja mal gespannt, was dann passiert, Alter. Okay. Ich glaub, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Ach du Scheiße. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Der wesentlich ist auf die Ab políticas. Der zum Geld ist auf die Abläufe. Das ist ein Abläufe. Aber kommt raus. Was ist eine Abläufe? Da ist ein Abläufe! okay kapitel beendet kranke kranke folge eigentlich ist das ist einfach der perfekte moment um die folge zu beenden heute mal ein bisschen kurz auf die folge ist mir nicht übel aber krank okay nice ok freunde euch gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen gerne kanal kostenlos abonnieren block aktivieren und so gibt es keine weiteren vier videos mehr hier von mir zu verpassen schaut doch gerne weiter noch ein kanal vorbei dafür sind ja noch weitere andere tolle projekte wie das micro projekt das ecobus projekt und auch trends unter videos und auch tsp3 videos also trends unter drei videos und vorab nur mal als information wenn dieses story vorbei ist also dieses spiel vorbei ist ich denke mal so lange wenn man wahrscheinlich nicht mehr brauchen starten wir danach auch mit the last of fast part 1 für den pc sollte eigentlich schon parallel laufen aber durch zeitgründen und allem drum und dran kommt das dann im anschluss freunde wenn ihr das nicht verpassen wollte wie gesagt daumen runter lassen kanal abonnieren block aktivieren schaut euch an der wir bescheiden vorbei da findet den link zu meinem instagram kanal und auch zu meinen discord kanal und ja verabschiedet und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder euer schuss mal nico es ist deine